Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play White Lens, ähm, ja, wir sind auf dem Weg zum, äh, Killer, und, äh, ja, wir werden ihn einschüchtern, nur, alter, was, was ist denn da los, sieht aus wie Windpuppen, Ähm, Alter, was ist denn da los, ähm, so, gut, dann schauen wir uns mal an, wahrscheinlich lauter, ähm, lauter einzelne, äh, Leute, äh, hier, auf der Straße, auf dem Feld, da sind ein paar, Hier, da, auf dem Weg, wahrscheinlich, gut, zehn Feinde, ja, nur, Da ist einer mit Maschinenpistolen Okay, gut, wir räumen erstmal rundrum auf Äh, Nummer eins Das war scheiße knapp Versparen, das, das war alles geplant Dann da unten den Gesundheit, danke Gut, der hat's nicht gemerkt Scheiße Roger, ich gehe in Position Alter Roger, Ziel erfasst, brauche neue Position Ziel erfasst, bin bereit Hab ihn Locker bleiben, alles ist gut Wie ich den die ganze, äh, die ganze Zeit, äh, nicht getroffen hab hier Aber zum Glück hat er nichts gesehen, gesehen, äh, gehört Das war echt, äh, lucky Ähm, ich würde sagen Den da Ich gehe in Position Schnell, 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 schnell Ziel markiert Okay, bin unterwegs Hä? Die Arschlöcher wissen Bescheid, pssst Ah, scheiße Immer dasselbe mit mir Okay, einschüchtern, ja, komm Ähm So dämlich, Tobi Treff halt Kommt, Leute Ja, ihr, ihr könnt euch ja hinbeamen Du hättest mich veranlassen sollen Schnauze Ich dachte, äh Musst du dich jetzt beamen So, wo ist der denn? Alles okay, alles okay Der hat sich, glaub ich, ein Der hat, äh, glaub ich, einen Unfall gebaut Guten Tag, der Herr Sieht aus, als hätten wir Sie aufgescheucht Ähm Darf ich den nicht greifen? Ah Wo warst du so lange? Scheiße, wir haben Verluste So, meine Fresse Wenn du aufwachst Sollst du deinen Freunden erzählen, wie das Volk hier hinkommt Wie du nach Mama geschrien hast Und erzähle ihnen, dass sie als nächstes dran sind Verstanden? Tranquish Tranquish Ich verstehe Ich verstehe Schlechter Tag, ein Dreck-Sicario zu sein Guter Tag für die Rebellen Die werden's lieben Oh Gott Ich, ich hasse es So, Helikopter Äh Alter Schwede Gut Dann Warte, was gibt's hier? Kurzer Lauf Sturmgewehr Verbessert ihre Geschicklichkeit Und Fertigkeitspunkte plus 5 Äh, das brauche ich eigentlich nicht, weil ich Schon 33 hab Ähm Zeigen wir, dass Casitas Resort kein sicherer Hafen ist, wie das Kartell behauptet Ja Überfallen sie das Casino und erschrecken sie die Besucher Ich will sie im nächsten Flieger raus aus Bolivien sehen Oh, okay Hm Hier sind ja überall so komische Punkte Das gefällt mir nicht Ich denke mal, das war ein Gewitter, ne? Beim Wunderballen Bahn Sternklaren Himmel So Ich sehe noch ein Tango Wie viele Patrouillen Krassi, krassi Achso, da waren wir ja Alle gut Eins, zwei Da im Haus ist wahrscheinlich einer Eins, zwei Zwei Ah Da, genau Super Wir müssen halt schauen, dass Ähm Es nicht so ausartet wie letztes Mal, ne? Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten Markiere einen Hauptmann Okay Äh, warte, falsche Richtung So Die kann ich, äh, leider, leider nicht einfach so töten Weil jeder das sieht Ich glaube, wir müssen da still und leise rein Leider Aber das, das geht schon Das wird schon gehen Bei den Ideen da kann ich am Anfang jetzt erschießen Warte Eigentlich Eigentlich so, ne? Warte, ich nehme mal Sniper, weil der Macht mehr Schaden Schön, dass er sich gerade umgeblickt hat So, hey, beleuchte mich nicht Du Idiot Was machen die hier? Meine Güte Idioten Amateure So Warte, ich, äh, schicke nochmal die Drohne los Weil da sind mindestens zwei, die ich noch nicht gesehen habe Ah ja Den können wir scharf schützieren Uh, das ist ein schönes, schick Schickes Schiff Okay, das waren alle Sehr schön Dann gehen wir mal von hinten rein Das hat sich eigentlich immer schon bewährt Hinten sind halt nicht so viele, äh, Wachen Was gut ist Casino voraus Nur Zerstörung und Lärm, Leute Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen Dann losreißen wir in das Dach von der Bude Wir müssen niemanden töten Zerstöre die Spielautomaten Die werden dich sehen, weg da Ähm, äh, wie sollen wir So, wir, 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 wir sollen niemanden töten Wie sollen wir das denn sonst schaffen Wie sollen wir das denn sonst schaffen Okay, also Die sagen, wir, ähm, wir müssen niemanden töten Wir müssen nur die Spieltische, äh, platt machen Wir müssen nur die Spieltische, äh, platt machen Ja, wir müssen uns nicht mehr Dann, Quintal Ja, wir müssen uns sagen Das war natürlich Wir müssen uns nicht mehr Kann ich hier das Blatt machen? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist das Problem. Der Leutnant kommt. Bei mir sammeln. In Bewegung. Entdeckung, Idiot! Greife Tangos an. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, ich habe keine Munition mehr. So. Äh, wo ist denn die Munitionsküste? Wahrscheinlich hier unten, oder? Äh, Munition? Munition? Gibt's nen Keller? Entschuldigung, gibt's nen Keller? Nicht, oder? Äh, du kannst gehen, ne? Das ist lustig, der spielt einfach mit sich so erst weiter. Just don't give a fuck. Ah, hier, super. So. Ist da hinten einer? Ne, gut. Gernate kommt. Komme mir der Kuleros. Äh, achso. Geh mal, geh mal da weg. Das war knapp. Das war ein Zivilist, du Genie. Was? Wie, wie... Ja, 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 ja. Geh halt weg, du olle Kuh. Ach, das war ein Zivilist, du Genie. Schnauze. Die VIPs sind geflohen. Das Gebäude liegt in Trümmern. Dem Pionierkumpel gefällt unser Angebot. Das erregt mit Sicherheit Casitas Aufmerksamkeit. Würfeln wir jetzt ne Runde, oder ist der Tisch im Arsch? Oh Mann, ich hab halt voll die, die eine kleine da gekillt. Das war auf jeden Fall unsauber. Aber wie, wie sollte man das denn, äh, bitte schaffen, ohne jemanden zu töten? Das geht doch gar nicht. Und ich Idiot, äh, hab's noch versucht. Ah, Mann. Gut. Naja. Nicht schön. Nicht sauber. Aber es wurde erledigt. So, also. Jetzt gehen wir... Wohin? Kurzer Lauf. Wie wär's? Äh, erstmal dahin und dann dahin. Ich mach das. Ich fliege. Hey, das sind Feinde. So, mal schauen, was auf der Insel ist. Ah. Hm. Gut. Also. Ja, der... Oh, was... Äh, ich hoffe da unten wird nichts mehr sein, ne? Ja, Agua wäre der Basis. Da wird schon noch Pro was sein. Huiiii. 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 So. Da sind auf jeden Fall auch wieder welche. Da sind vier Helikopter. Läuft bei denen. Ähm. Ist da jemand? Huiiii. Hier oben mal nicht. Ich glaub nicht. Die Drohne ist oben. Die Drohne ist oben. Die Drohne ist oben. Ja, denn die wissen natürlich alle Bescheid, weil die ja alle GPS-Dinge haben im Kopf. Und sofort wissen, wenn... Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Mit dem sind fünf. Markiere Gegner. Er steht damit einheimisch. Oh. Na gut. Dann bitte mal, äh, angreifen. Los, Feuer! Chip, dein Heli! So. Halte los, ich bin so wach. Ahhhh. Naja. Da muss... Scheiße nochmal! Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben! Ich will mal kurz, äh, wie es da weiter geht. Geh in Position. Gute Position. Alles klar. Geh in Position. Ich hab das Ziel erfasst. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Bereit. Auf deinen Befehl. Ich gehe in Position. Den Schuss bereit. Are they ready? Oh, er ist tot. Oh. 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 Wir werden das Problem haben. Ely, runter, runter! Ja, wie denn? Ich kann hier nicht weg. Ja, was soll ich denn machen? Verflüscherte Haar. und er soll so für uns gut standen danke fürs Zuschauen ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen na das war super nervig mal schauen wo wir jetzt um aufploppen es hat auch wird auch blöd man mann bekommt von um Prozent von der Luft aus kann man nicht hier markieren das ist echt nervig vielleicht kann man das im Multiplayer naja genau dafür zu schauen wo so war Papa Papel und das ist mein Bein da nach wird also zus Untertitelung des ZDF für funk, 2017